Ich will euch ursprünglich mit weiteren Tests abhärten, aber wir müssen uns auf ein beschleunigtes Verfahren einlassen. Hiermit erkläre ich euch zu Tötungsmaschinen. Herzlichen Glückwunsch. Mehr ist einfach nicht drin. Der Raum mit dem Prototyp-Gehäuse liegt gleich hinter dieser Kammer. Damit wieder hier willkommen bei Pörtl. Pörtl? Pörtl, ja. Wir spielen jetzt Pörtl. Das haben wir schon das letzte Mal ganz gehört und haben uns... Oh Gott, nein, nicht... Boah, ah, das ist schon drei Jahre her, dass seit wir dies Rätsel gemacht haben. Ja, das ist wirklich lange. Und das... Da hast du Farbe. Was mach ich jetzt? Ich spring. Kann ich... Gegen die Wand! Und Achtung... Trick! Scheiße, mehr Farbe. Guck mal, ich kann einen Trick machen. Ja, und noch einen und... Ja, ich will auch einen Trick machen. Ich will jetzt auch einen Trick machen. Okay, mach. Geh nochmal da rein. Da rein. Was ist das da? Ha, und jetzt muss ich warten. Warte, ich muss die Farbe da drin verteilen. Ich weiß ja nicht, was das genau bringt, aber ich verteile sie. Ja, das ist schon mal recht weit geschafft, aber ich weiß nicht mehr, wie das ging. Ja, wir hatten schon den Cube draußen, glaube ich. Den Cube-Cube? Oh, dann kommen wir immer noch nicht weiter. Ja. Krieg ich da wieder raus? Ich krieg's hier nicht in die Mitte, das versuch ich gerade. Hör mir wieder raus! Du sperrst mich hier gegen meinen Willen, nein! Ja, du bist mein Cube, mein Assats-Cube. Ja, okay. Ich kann dich durchsehen, hallo! Ich bin hier oben und haben wir... Ne, was bringt denn das? Jetzt bin ich hier, cool. Super! Wie, wie, wie? Stopp! Nicht sprengen, nicht sprengen, nicht sprengen. Wuhu! Böse. Ich hab dir doch... Ähm, wo haben wir überhaupt einen Cube? Hab ne Idee. Denk ich. Ach, hier haben wir den Cube. Ah. Hä? Wie ging's hier noch mal? Äh... Schau mal da, da ist noch ein Loch. Und da oben kann man ein Portal sitzen. Und da musst du hier Farbe rein. Also komm mal her. Geh mal da rein. Hm? Hm? Da hinten rein, bei dem Schalter. Au! Auf, auf zu springen, du Penner. Hm? Ich drück mal drauf. Hm? Ja. Aber Moment. Das... Ist schon richtig so, warte. Musst du kurz noch mal raus. Äh, da. Nein, auf zu springen! So. Wuuu! Du bist nicht hilfreich. Ich bin voll hilfreich. Ey. Stell dich auf den Schalter, Sklave. Wieso? Wieso? Also das kommt hier jetzt raus. Okay, warte. Mach ich das jetzt so. Dann kannst du noch mal rauskommen. Ohne ein Portal zu benutzen. Ja. Genau. Schau da mal. Dann mach ich mal hier ein Portal rein. Ein rotes. Ein rotes. Warte, lass mich durchgehen. Ich bedacht euch, ich... Nein, jetzt geh wieder zurück zu deinem Schalter. Hilfe, ich! Ich hasse den Schalter. Duper Schalter. Okay, und jetzt muss ich... Warte, ich muss Tab drücken. Jetzt kann ich hier Farbe hin platzieren. Ja, es kommt Farbe. Warte. Warte, das Verteilen. Jetzt bin ich mit Verteilen dran. So, das ist jetzt an allen Seiten. So ein bisschen Farbe. Schön. Okay, das kann ich wieder gehen. Tschüss. Warte, ich will auch... Ah, ich kann gar nicht. Du kannst mich hier gefangen. Okay, dann haben wir es jetzt. Nein, das total ist weg. Ami, ich bin raus. Ich bin raus. Bleibst du hier jetzt? Ich bin gewagt. Ah, ich habe nicht auf zu springen. Warte. Warte. Aua. Wuhu. Wie. Okay, wie dumm. Okay, was bringt uns das jetzt hier? Nix. Okay. Also, ist das geplant? Doch, warte. Was macht der knapp? Ah. Ich müsste mir da doch voll dagegen clashen können. Hier, da kann ich so raus. Ja, warte. Hier, das ist nichts. Ah. Warte, ich weiß, dass das bringt. Ich weiß es ganz genau. Echt? Ah. Das war unzähl ungenau. Oh, nützlich. Warte, ich kann das näher daran machen. So. Probier nochmal. Ah. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Das ist unmöglich. Unwichtig. Unwichtig. Ich glaube, wir müssen hier... Hm. Ich hab ein bisschen den Ballon hier zum Baunzen bringen, aber ich soll das... Nee, hä? Ja, wir müssen hier so Farbe hochholen, aber... Hä, das ist ja eigentlich... Ja, warte, wenn du da drauf drückst. Ja, das Problem ist... Ja, doch, das geht schon, das geht schon, warte. Ich hab dann keine Portale. Du musst dann mit ein, zwei Portalen alles machen. Oder es gibt hier einen zweiten Cube. Warte mal. Hier hinten... Versuchen wir mal da hinten drauf zu kommen. Ähm. Wohin? Ja, da hinten. Achso. Vielleicht ist hier hinten noch was von Interesse. Warte. Machen das jetzt... Wie geht es denn am besten? Hm, da ist so ein extra... Fliegel davor. Hm. Also leicht wird es nicht da reinzukommen. Das ist ja Hochsicherheitstrakt hier. Wohin. Okay, das war ein Fail. Moment. Ich könnte mal die Farbe herbringen. Wohin, wieso bin ich fliege ich jetzt weg? Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, dass ich die Farbe da rausbringe? Alleine nicht. Das ist das Problem. Hast du immer ein Depp, der auf dem Schalter steht? Das soll ein Depp sein. Ja, oder ein Cube. Oder ein Cube Depp. Oh, wie soll ich überleidigen? Schau mal, was noch? Was noch? Also, ich spring jetzt schon mal. Okay, spring du mal. Wo springst du denn? Uh! 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 Hey. Hey. Nein! Ah! 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 Hihi! Was ist das gekommen? Ha! Ah, schade. Ich spring jetzt auf dich drauf. Mario! Bist du wahr? Mario! Bam! Okay. Wenn ich jetzt eine Gruppe wäre, ist das tot. Ähm. Nein, nicht was? Eine Gruppe. Ja, nein, nur eine Gruppe wäre das tot. Let's jetzt einfach. Auf, wenn ich eine Facebook-Gruppe wäre, wäre ich jetzt tot. Okay. Wäre ich jetzt forever alone. Was ist denn das für den Sinn? Hey, don't know. Also, das ist schon mal das Nutzloseste, das ich je gesehen habe. Aber wir haben es doch schon... Oh, guck mal, ich tue mich zufarben. Juhu! Blau! Super! Juhu! Ne, ich glaube, es ist genauso weit, waren wir beim letzten Mal auch. Ne, Cube hatten wir doch schon. Ne. Ja, warte, da habe ich eine andere Idee. Hopp-hopp-hopp-hopp-hopp-hopp-hopp-hopp-hopp-hopp-hopp-hopp-hopp-hopp-hopp-hopp-hopp-hopp-hopp. Wuhu Ne, ähm, kann ich hier ein Portal machen? Du bist richtig genial Ja, hab ich ganz allein gemerkt Da oben auch Was wo? Dann kann man sowas machen hier, so Und es funktioniert nicht, weil dein Gitter davor ist Geil, ich kann mich sehen Aaaaaaah, Portation Ähm Hamdara 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 Ich hab das erste Rätsel, wo wir noch so lange gehangen sind, sind das mit den Brücken gewesen Brücken? Brücken! Warte mal, ist es echt, ist es offensichtlich? Ja! Mach mal da ein Portal, auf die Fläche hier, da Da! Und bei dem blauen Portal, und da springt er mal hoch und sah in das Loch rein Und er macht's kaputt Fester! Fester! Ja, sinnvoll in der Gegend rumspringen Hallo Ne, ich glaub wir müssen da Farbe so von unten drauf, dass der so voll rumdopst Like a Baus Aber gleichzeitig muss einer auf dem Schalter stehen Hier? Und da vorne muss einer stehen Und währenddessen muss einer die Portale aufrechterhalten, dass die Farbe da durchgeht Ja! Weil der einzige Ausweg mit der Farbe ist, da... Hm... Ist es wirklich der einzige Ausweg? Warte, bring mich mal da rein! Soll ich... Oder stell dich mal... Warte... Helf mir mal da... Da erstmal da vorne! Ja! Du musst mir helfen! Da hier durch, hier da, dass ich hier so reinkomme Okay! Wenn du das sagst, Meister! Klar! Ich kenn mich aus! Fuck! Gefällt! Okay! Gefällt! Gefällt dir! Ja! Hm... Kann man hier Farbe hinbringen? Irgendwie noch anders? Hier hoch zu dir! Ja, das geht nicht! Weil sonst hätte ich hier hoch springen können und von hier aus das snipen! Aber... Ja... Warte, vielleicht... Vielleicht geht es tatsächlich! Nee, das geht hier nicht! Ich hab hier gar nicht... Oho! Ich bin da schon überspringen, als du! Oho! Aber warte, man kann von hier aus snipen! Kann man? Kann man nicht, oder? Kann man nicht, oder? Fast! Wenn ich ein bisschen höher kommen würde... So ein bisschen... Hm... Das ist ein schweres Rätsel, ja? Was soll ich das sagen? Ähm... Wenn ich jetzt zurückkomme... Das Problem ist, ich komme jetzt nicht mehr zurück, um auf den Schalter zu drücken! Huuuuuuh! Okay! Wenn ich jetzt nämlich... Ich komm hier nicht... Ah, ich hab's vielleicht! Warte! Nee! Fuck! Ich kann... Doch! Helf mir mal hier wieder raus! Ich hab ne Idee! Ich komme! Ich muss meine Portale hinzulassen! Danke! Und jetzt, helf mir mal hier rein! Ohne, dass du mein Portal kaputt machst! Obwohl, das... Macht nix eigentlich! Egal! Und jetzt... Geh du mal da und mach da deine Portale! Wo? Ach fuck! Du hast ja da noch diese dumme Sperre! Dann guck ich halt jetzt, dass... Dass da rauskommt alleine! Ah... Kannst du ja mit irgendwas anfangen? Aber du kommst da ja gar nicht durch! Das Problem! Warte doch! Warte! 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 Das ist doch das Offensichtlichste! Und dann kannst du da drüber springen! Okay! Mal schauen, was hier ist! Dieses Ziel! Und Laser ist hier! Kannst du auf den Cube jetzt! Komm wieder zurück! Ich brauch mal einen Cube! Ich muss den Cube befreien! Also hier brauchen wir den Cube, ne? Ich denk wir brauchen den für... Keine Ahnung was! Brauchen wir den? Egal! Wir nehmen ihn halt mal mit! Das einzige, was das bewirkt ist, dass hier die Barriere weg geht! Ja, also... Den brauchen wir bestimmt irgendwie! Nehmen ihn halt mal mit! Das ist ja nicht schwierig! Hier ist doch eine Portalfläche! Achso! Hier brauchen wir ihn fürs Ziel, den Cube! Aber hier ist... Kann ich noch ein Portal machen! Warte mal! Ach, da kann ich dich reinbringen! Okay! Aber... Warte mal! Jetzt musst du doch... Kannst du auf Z... Ja, komm halt mal zurück! Wir bringen erst mal einen Cube mit! Und mich! Ja, aber wie? Achso! Ja, du machst... Da dann vorne wieder auf dem blauen dein Portal! Und springst dann da drüber! Und dann kannst du ja dein Portal da setzen, dass der Cube von dem blauen getroffen wird! Oh Gott! Jetzt spring da wieder runter! Und da über dieses blaue... Barriereviech! Achso, da drüber! Achso, drüber! Oh! Ist ja gemein! Ist ja gemein! Ist ja gemein! Wie es nicht geht! Wie es nicht ausgehen wird! Wie es nicht ausgehen wird! Wie es nicht ausgehen wird! Oh, wie es sich so ausgegangen ist! Aber ich... Äh... Ja, der Cube rastet voll aus! Er macht alles kaputt! Wo ist denn? Was? Na Gott! Wir müssen ihn stoppen!